Wie könnte ich den kleinen Michael vergessen? Der kam ja jede Woche. Und jedes Mal sagte er mit leuchtenden Augen, Stockriesen bitte, Frau Lange. Einen Stockriesen musste ich ihm immer sofort geben. Die anderen in die Tüte packen. Jetzt gibt es Stockschokoladenriesen. Ganz neu mit viel kräftiger Schokolade. Einfach riesig schokoladig. So richtig was für Michael. Stockschokoladenriesen bitte, Frau Lange. Und den allerersten, den isst er immer noch sofort. Stockschokoladenriesen. Wirklich riesig schokoladig. So, für morgen Abend habe ich Ihnen ja schon ein Wiedersehen. Nein, für morgen Nachmittag. Mit Hans Albers und Heinz Rühmann versprochen um 16 Uhr. Genau dann gibt es den Spielfilm Bomben über Monte Carlo. Aber, und jetzt bin ich richtig, für morgen Abend darf ich Ihnen dann auch ein Wiedersehen. Mit zum Beispiel Johanna von Katschan, Georg Tomala und Johannes Hesers Versprechen. In dieser bezaubernden deutschen Filmkomödie Viktor und Viktoria. Ihre Kinder sind jetzt wahrscheinlich schon im Bett. Gut so, denn jetzt folgt unser Spätfilm. Den wiederholen wir nochmal um 0.35 Uhr nach den Sexy Folly. Und seien Sie vorsichtig, dass Ihr Hauskater jetzt nicht verrückt spielt. Denn ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen. Mit alle Kätzchen naschen gern. lov neid. www.osho-ho-ho-ho. geospitivision. 買召 flersacio